Danke, Herr Präsident. Durch die globale Produktionsketten ist es oft schwierig, die Herkunft eines Produktes nachzuvollziehen. Im RAPEX-Warnsystem der EU für gefährliche Produkte können ca. 10% der aufgegriffenen Waren nicht zurückverfolgt werden. Es braucht also härtere Strafen für Firmen, die potenziell gefährliche Waren anbieten. Unternehmen, die wiederholt und vorsätzlich gegen europäische Sicherheitsnormen verstoßen, sollen auf eine EU-weite schwarze Liste an den Pranger gestellt werden. Positiv ist auch die neue freiwillige Kennzeichnung EU-geprüfte Sicherheit. Der Konsument weiß damit, und das ist wichtig, dass ein Produkt von unabhängiger Stelle getestet und als sicher bewertet wurde. Die Made-in-Kennzeichnung ist sicher ein sehr interessanter Ansatz. Sie liefert allerdings nur Informationen über den letzten Verarbeitungsschritt. Das ist in manchen Produktionssparten wenig aussagekräftig über die Qualität. Besten Dank.